Guten Tag Leute, ja dieses Video ist es nicht sehr leicht für mich aufzunehmen, doch ich muss euch diese Botschaft in wenigen Sekunden vermitteln. Ein Monster unter den letzten Playern namens TheLifeForce. Er hat Yoshi geopfert. Er hat Yoshi in die Lava geschmissen. Es ist zu viel für mich. Ich verlange eine Stellungnahme dazu.